Gold-Sneaker. Stefan, ein schwieriges Thema, Sneaker. Klebsneaker, also ich habe auch eine kleine Sneaker-Summit. Ja, da gibt es ganz viele Brands, die mich super finden. Klebsschuhe, gerne Schuhe. Eigentlich wäre Nike, zusammen mit Jordan. De Lerre-Kolloperation, die sowieso Hammer ist. Mega, ja. Jordan-Brand von Nike. 2021, das gab sie, wo er dann rausgekommen ist. Der eine, den ich am besten finde, ist Dior. Der ist so lebe, der ist so geil. Nein, mega. Die Farbe kommt hier. Hightop Dior, den finde ich so schön. Mega. Den bin ich total. Der steht jetzt noch auf den Tag. Und den kannst du in den Kauf für Karo 10, 20'000 Fr. Deine? Deinen gold Sneaker, hast du da auch einen, der sofort in den Sinn kommt? Also ich muss auch sagen, der Adjon Dior, der ist natürlich lebe. Der ist Hammer gewesen, hat mir gerne so einen gekauft. Leider schon alle weg gewesen. Das ist natürlich klar, der ist gerade ausverkauft, so ein geiler Sneaker. Genau. Wenn ich jetzt einen müsste auswählen, einen Gold Sneaker, dann ist es ein Air Jordan 1. Also ich finde allgemein Air Jordan Hammer, ich liebe es. Ich bin eh nicht ein Fan von Hightop. Hightop, genau. Hightop Angelo. Hightop. Hightop. Hightop angelo. sagen wir später Qué Schrukt sowohl.